Hallo meine Freunde der Todessterne und anderer toller Star Wars Begebenheiten und willkommen zurück zu Let's Play Skylanders Trap Team mit dem Len 16 und dem Drachen Burschi hin. Tja und heute ist mir irgendwie so ein bisschen nach Namen mit L. Wie wär's denn zum Beispiel mit Leonie? Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Ich gehe dann weiter und nehme Lea'd. Tja, das Glas. Ja, ich Lea sehr schnell das Glas. Okay. Da hast du aber ordentlich gekämpft. Das nackt uns. Wir könnten jemanden wie dich im Widerstand gebrauchen. Komm mit, ich stell dir unseren Undercover-Agenten vor. Ich hab das Gefühl, ich weiß, wer das ist. Chaos. Oh, was soll sein? Nein, das liegt genauso, aber trotzdem. Da haben wir auch immer. Ich würde mir jetzt ein Ablachen. Wenn wer das ist. Chaos Mutter. Dann würde ich lachen. Oh, oh. Ich glaube nicht, dass Alarmlärm ein guter Punkt ist. Das ist ein gutes Zeichen ist. Wir sind in einer Art Greifstrahl gefangen. Strahl, tu etwas, um uns zu befreien. Strahl. Etwas. Nennen wir Strahl. Wir sind... Erinnert auch gar nicht an irgendeinen Film. Wir sind in einem Kreis... äh, in einem... Klammer. Ich muss mal gucken, wie es so aussieht. Warte, geh nochmal weg da. Ja, ich... Wir müssen die Pipeline da hinschieben. Das Pipeline sieht aus wie eine Kanone. Wie eine Kanone. So eine Kanone, sag ich doch. Aber die muss man da hinschieben. Genau, da musst du jetzt drauf schießen. Irgendwie. R2? Wir müssen den... Hä? Ne, ja genau. Jetzt noch mal. Jetzt triffst du den in der Mitte. Wir müssen so... Ah! Okay, wir müssen... Hoa! Hoa! Was? Die haben so eine tolle Form, die Dinger. Welche Dinger? Oh Gott! Oh Mann! Toll! Ganz toll gemacht, der Traumbrüche. Hoffen wir, dass die noch mehr Greifer kommen. Das wäre unbegreifbar. Du hast es geschafft! Triff dich einfach mit unserem nächsten Agenten. Ceta Blobbers. Er müsste hier irgendwo sein. Er wird sich mit dem Code-Word ansprechen. Pass auf, sonst kommt es ja noch zu Handgreiflichkeiten. Für diesen Mini-Tode-Ständen in der Mitte ist es sehr witzig. Vermute, das ist der Agent, der sieht so ganz unauffällig aus. Da kommen wir zur Persiphonie! Die ich unbedingt immer wieder brauche. Was ist das mit der tollen Musik? Leise, aber tödlich. Leise, aber tödlich. Wo sie leise ist, ist sie an anderen Stellen laut. Ja. Ich bin gerade eben ein Läbchen aufgestiegen. Der denn auch. Meine Kaff weg! Meine Kaff weg! Der hat sogar nicht Münzen. Ja, die werde ich auch ordentlich ausgeben. Ja, hau so raus, wenn. Hau die Halsen raus. Da ich das nicht kaufen kann. Ganz auch noch spare ein bisschen. Aber ich will dir sparen. Ich will die Kombo. Okay. Dann kann ich wieder sagen, erst das als zweimal zuschlagen. aber natürlich praktisch die macht auch du machst übel schaden mit deinen schlägen dafür geschlecht sich oft auch die schläge sehr machen richtig viel schaden so mal da reingehen kommen wir schon rein gestiegen oder wahrscheinlich nicht wie mache ich diese schatten klinge das war eine geschlossene gesellschaft sind noch irgendwo gegner oder so naja da ist nur ein verwirrter aber wird hier kurz was zeigen ziemlich cool mach die tiger attacke ja und jetzt dadurch naja ist nicht besser war mit dem typ aber da kommen noch welche na komm her verstehe ich immerhin die job ich leben auch noch das war eine kombo und dann noch mal guck mal guck mal guckte mein schwerer was das wird ein schwert kämpft selbstständig ja die löser aus erweckt den tiger an dir 360 schaden machte scheiß ich kann dich in den großen bösen brüller bringen natürlich nur wenn du mir folgst das war auch wieder ein ist ungefähr so wie johnny english so ein toller agent mindestens genauso effektiv wir wollen wir wollen deine münzen radio gibt es ein jahr wieder schneller mit den münzen oder radiorücken wieder schneller die münzen raus na dann erzählt uns doch noch mehr hier gibt es wirklich viele energietoren sucht doch mal den schalter das hast du da gemacht fazit es tut weh wenn man da rein läuft wenn du den schalter da unten jetzt wieder umgelegt hast und der auch für hier oben gibt es zu gebrauchen war ich habe ja ich glaube da war nur für unten okay ist nur für unten dann sollten wir vielleicht da ist noch was da ist was und das auch der schalter da müssen wir von oben woher springen habe ich auch gerade entdeckt müsste der charakter sein der sie am schnellsten fortbewegen kann würde ich behaupten ja doch also diesen tiger modus kommt man schon extrem weit das hier aber den schurken der schurken ja da ist schon mal zu reinen verbesserten schurken an die europa haben ja schon wo und schurken kann man schon mal verwechseln als schokolade ist echt schurkenhaft ja das böse schokolade sie verführt euch sie macht euch dick deswegen schokolade böse und ein schurke und es klingt das auch ähnlich genau heute wieder lernen das haben sich die machen von schokolade so gedacht genau bekommen wie beim tiger club nicht anders legt man schalter um leg dich gleich um sieht irgendwie ungesund aus es wäre so wie die eischollen beim tiger ich glaube ich weiß was du meinst du bist im Atom vermatscher gefangen keine Sorge das kann jedem mal passieren ich versuch dich da raus und nicht von dir in der Zwischenzeit nicht verquetscht zu werden rau und er hat um harem Partikel zermatscher in jana jones lässt grüßen als ein Atom ach den müssen wir kaputt wir stören gerade Atome ok mein Schwert kümmert sich darum ich bleib hinten ah ich bin der Tiger die Katze ist auf Atomjagd das sind sogar Suchpaketen ich weiß, dieser Tiger ist so cool Tiger 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 guck mal mein Schwert geht weiter und ich kann einfach weiterkämpfen mit der anderen Waffe ich bin ein Tiger, Len das ist toll weiß ich bin ein toller Tiger diese Tiger-Attacke ist ja auch richtig klasse ich habe ein Schwert, das für mich kämpft und ich kann mit meinen eigenen Schwert ankämpfen wie geil ist diese Waffe, wie geil ist die Mini-Gina ja schon, am Anfang war sie echt unwürdig aber jetzt sind die, wenn man die auflebt, sind die Charaktere teilweise richtig cool aber dann musst du halt auch erst mal aufleiten, weil am Anfang sterben soll es einfach nur dauern aber das Schwert schwebt weiter und ich kann weiter angreifen dafür bietet sich dann halt diese komischen langweiligen äh, Tower Defense Level an da kannst du halt gut leveln da kann man leveln, ja aber das ist auch der einzige Vorteil von ihnen ja, dann kannst du in der Arena auch das ist richtig, ja Kjumpf Was machst du da? Ich schiebe Ah, Schiebung Schiebung Len Was machst du? Alle Schiebungen Schieb doch Hä? Muss das runtergeschoben werden? Ja, muss es Das war auch meine Intention Ich schweb nämlich Ui Oh, da oben gibt Schinken Schinken gibt es auch noch in der Zukunft Die Zukunft ist gerettet Ja man länder kämpfen ich versuche mal da hochzukommen fünftet muss schon einen schritt weiter verdammt falsche richte dafür ist das ding da das wäre jetzt an die wand schieben würden dann könnten wir nicht mehr rüber ja aber man kann es ja nicht an die wand schieben man könnte es doch bis hierhin schieben und dann noch einmal die wand schieben nicht bei den anderen unsichtbare wand und so richtig das ist bei diesen schiebeteilen du kannst es nur einen bestimmten weg lang schieben von mir aus dem bauern des schenken gemerkt schenken truhe kommt nicht an schenken ran schenken ist superior ah tränke reichlich heimlich reichlich heimlich naja sie wird es ja wissen kann beide sich in tollen attacken ok jetzt musst du nur noch durch den atom zermatscher da drüben sieht doch ganz ungefährlich aus ja der drachenbursche zeigt gerade auf einen mond der so einen krater hatte der so aussah wie ein todesstirn war nein nein ich weiß was wir hätten machen müssen jetzt erst in die andere richtung schieben müssen naja wir wissen zumindest wo es ist kann man nichts machen so in welchem atom was wir machen müssen wir jetzt da da hier drücke oh gott wir werden jetzt wolfgang einen besuch abstatten schade dass wir den anderen noch nicht getroffen haben diesen komischen roboter wahrscheinlich wird er den erstmal vorschicken wieso denn haben wir schon zweimal getroffen ja aber noch nicht als losgegner ich bin ich gespenst bin ich gespenst nein magie gespenst ist der totenkopf du bist der totenkopf du bist der totenkopf du bist der totenkopf du bist der totenkopf ich hab sie nur mal ich freundlich ist darauf hingewiesen lieber denn ja weg mit euch so haut den mal musiklinge am anfang so ein bisschen wie api immer von davor diese der anfangs ton ist genau der ton bisschen ich rede mal mit dem agenten auch mal ane wir müssen einfach noch alle besiegen erst mal besiegen 80 macht mein schwertschaden der kann sich mehrere jumpies auflösen der eine ja mein extra schwert macht es 80 schaden 160 schaden macht mein tiger übrigens ja das heißt zwei schläge von meinem extra schwert ja sind ein ganzer tiger ich weiß schon mhm das war schön komm mach ihn kaputt mach ihn kaputt mach ihn kaputt ja mach ich ja schon ich bin ein tiger hat geklappt ich bin ein effektiver tiger helder schade ja man macht ihn auch ein bisschen schaden vorne rauf ne da kann ich nur schaden doch mein schwert macht schaden schalt ja ne ich muss den typen das ist aber wird nicht alleine sieben weil er gerade nicht abgesehen hatte wir sehen nachdem gibt es auch noch ein paar schöne sachen nachdem wer hat schon leid diese musik unterbrechen zu müssen die ein bisher sehr geniales waren erneutung am fahrer auf geht werden wir doch nicht mitnehmen sollen annehmen und sich von selbst zu halten umso besser alter jetzt am alter ob man jetzt ab jetzt ab pizza tschuldigung umbekannte falle zukunftsfalle alter meine explosion von der waffe macht 400 schaden auch durch den schild durch irgendwie ist der leicht ineffektiv dieser komische zauberer ok doch nicht durch den oh deswegen habe ich gesagt pizza alter schau mal meine wache die gibt es sogar so gelb alter 233 schaden aber hat er schon gerade auf dich schaut nirgendswohin 292 100 den nehmen wir auseinander nochmal von hinten schönen schlag 180 schaden dann nochmal 180 und gleich nochmal 180 so geht das sauber blastertron besiegt keiner gestorben so geht das ja unbekannte falle den müssen wir wohl wieder gehen lassen den schurken für einen neuen rätsel ja 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 kennen wir schon es ist das element zeit was werde ich mit dir es ist schatten und licht oder so ähnlich oder hell und dunkel oder sowas war es aber gibt ja noch nicht pizza 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 ich mag es war mein gott so kurz vor der pizza muss ich mal weg sind ja nur um dich zu ärgern leise aber täglich weißt du warum weil meine auch ziemlich am ende war hui lass mal was du dran lass mal was du dran aber du darfst schwirren ich war das recht dran die meisten leute heutzutage der zehntausendste ich für meinen teil liebe klassiker wie himmel stein schmettern lust auf eine partie natürlich auch wenn es etwas außer scheute ist hahaha hahaha ohje den haben wir wow der ist ja richtig stark den wir gerade da freigeschaltet haben naja der hat halt dreamcatcher dafür verdrängt ja naja das hätten wir ja grad irgendwann auch wieder ändern können ja du hätte ich schon machen können ja cruiser 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 da muss dir irgendeinen holzkopf einfach falsch ja ich opfert mal den holzkopf holzkopf aber der hat auch noch zähne lebensenergie der gegner nicht so ein starker ja ok da geht ein holzkopf drauf oder oder auch nicht ohja ja schon gut dass wir den grad bekommen haben gleich mal einsetzen hat sich auf jeden fall gelohnt so krankenstein ja gut jetzt sind wir immerhin auch los bringt nichts ne bringt auch nichts dann sitzen wir erstmal den einem momentan am meisten schaden nein du hättest ihn in einen scharf verwandeln können da hätte er unten überlebt stimmt das wäre schlau gewesen aber ich glaube da muss ich ihm gegenüberstehen oder nicht ich hatte gedacht ich glaube nicht ne wäre auch sinnlos eigentlich aber irgendwie war ich da jetzt gerade drauf ja gut der geht einfach keine mal den ausprobieren den haben wir noch nicht gehabt ja er wird zwar nicht mehr viel machen aber egal der wille zählt der wille zählt eben die einstellungen passt na er durfte nochmal draufschlagen immerhin wir haben ihn einmal benutzt gewonnen gegen gumbus der zehntausendste das wüsste doch zweitausend ich hätte lieber zehntausend bekommen wow kaum zu glauben dass jemand überhaupt noch weiß wie man himmelsteinschmettern spielt geschweige denn wie man mich schlägt nie zuvor gesehen du bist so gut dass das niemand sagt er hat er hat er hat er hat er hat er hat immer mit genau ja da gibt es noch ganz viele tolle Sachen zu mitnehmen für uns für uns beiden schade dass wir da nicht wieder direkt zurückkommen ja 95,5 k-troll k-troll wow sieht aus als wären da irgendwie diese die runden kreise vom controller da drauf ja oh ja oh ja separator Wolfgangs großer böse Brüller gibt seine Jungfernvorstellung Jungfernvorstellung oh was ist das trailblazer sieht aus wie ein Einhorn das ist ein Galopper und es kann Hitzewelle ja man ich glaube es ist vom Element Wasser ja ok das schaut cool aus das schaut echt cool aus das ist halt Galopper wow das schießt Feuer aus seinem Horn ok wow das ist geil boah stell dir mal vor das hätte man als Reittier boah wäre das genial Reittier in Skylanders das wäre was für das nächste Skylanders Spiel Skylanders Companions Skylanders Riders würde das heißen dann das nächste Skylanders bin ich mir relativ sicher ich brauche es nicht mitnehmen aber ne coole Idee wäre schon oder so Reittier auf dem man die dann auch eigene Fähigkeiten haben oh ja oh ja ha 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 von jedem Element 1 hö 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 natürlich damit man sich auch alle kaufen muss aber cool wärs auf jeden Fall du musst ja nicht mal von jedem Element 1 sein es sollte halt einfach doch es muss von jedem Element 1 sein 16 verschiedene geben ja das scheinen wirklich Pläne zu sein komisch dass die einfach hier so rumliegen aber egal erinnert mich so ein bisschen an Episode 1 richtig wollte grad sagen das ist irgendwie so eine Hommage an Star Wars ja schon so ein bisschen aber cool auf jeden Fall ja weil es da aus immer cool ist mhm ja Len weiß doch wenigstens zu würdigen im Gegenteil zu anderen Leuten ich hab schon wieder husten heute ich hab schon wieder husten heute ist das aufgefangen ja die junge Generation weiß manchmal nicht was gut ist ja genau die wissen einfach nicht was gut ist ne wissen sie nicht viele wissen ja von euch dass Star Wars gut ist ja Lob an der Stelle weiß weiß Mords Ringfinger du hast es geschafft du hast die Pläne gefunden was jetzt müssen wir nur noch die Energieleitungen von außen zerstören so viel Tonestern ja genau jetzt der große böse Bulle macht sich bereit das lauteste Konzert der Geschichte zu übertragen überall in den Skylines oh oh das heißt wir müssen von diesem und in unser Schiff schnell okay nein all daran darf nicht sterben haha okay Skylands lasst uns rocken hahaha was okay jetzt wär das Spiel echt cool laut diesen Plänen müssten wir nur die Energieleitungen zerstören die den großen bösen Brüller antreiben lasst uns das machen okay Skyländer Zeit mit dem Schiffen anzufangen schieß einfach durch diese Kraft ich kann gar nicht schießen oh schieß einfach auf die Beleitung ja jetzt kann man das jetzt kann man plötzlich durch schießen ja genau wenn du die Schilde getroffen hast so oh oh ja ich hab versucht drauf zu schießen aber ja kriegen wir hin kriegen wir hin wir sind ein gutes Team das eigentlich m h 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 ich will sie wieder so gut ich will sie ist erst mal die ganze 3 bei uns mehr kaputt er wird es sehr schön Prozent noch mehr Leitung in der Stadt die Prozent das baut gerade auf Nein das baut das gerade alles auf Nein, ob ihr dummen Geschütze. Will ich die Geschütze kaputt machen? Ja, geht. Muss ich die kaputt machen? Glaub nicht, oder? Die Slap-Münzen oder so. Ich muss das kaputt machen, weil es gezeigt wird. Ja, ja. Ja, ich weiß schon, aber vielleicht als Bonus-Ziel oder so. Ja. Wir schießen halt dann nicht mehr auf dich. Ah. Wenn ich sie kaputt mache, schießen sie dann auch weniger auf mich. Tja, meine Freunde, fallen auch dieses Video ist bereits vorbei. Wenn es euch gefallen hat, Badumms, Wortwitz, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem könnt ihr meinen Kanal abonnieren, indem ihr auf den roten Abonnieren-Button drückt. Damit werdet ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen. Wenn ihr bereits zum nächsten Video springen wollt, dann müsst ihr einfach auf das bereits laufende Video klicken. Und wer noch nicht genug hat, der kann natürlich auch mal auf Facebook, auf Twitter oder auf Google Plus vorbeischauen. Dort werde ich ebenfalls mit euch schreiben. Tja, jetzt wäre ich erstmal soweit durch und ihr könnt euch jetzt weise entscheiden. Mit ihr bist bald du gemeint. Du musst jetzt ganz alleine entscheiden. Ganz allein für dich. Was willst du klicken? Also es passiert auch was, wenn du nichts klickst. Ob dir das allerdings so gut gefallen würde, weiß ich nicht. Wenn du nämlich nichts klickst, dann kann es passieren, dass du aus Versehen in so eine Skyland-Istfalle eingesperrt wirst. Was? Das erschreckt dich nicht? Ja, dann bin ich jetzt aber auch sprachlos erstmal und ja, dann hast du mal wieder gewonnen. Tja, und weißt du, was du gewonnen hast? Du hast so viele Chompies gewonnen, wie du fangen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit den kleinen Mistviechern und wir sehen uns im nächsten Part. Servus!